Alle Kinder steigen in den Bus ein. Ich bin Rosi. Ich bin Bella. Und ich heiße Kathi und hinter mir sitzt Erasmus. Der Bus fährt nach Dengland. Wir sind da. Cool. Die Kinder besichtigen ihr Zimmer. Das ist mein Bett. Das ist mein Bett. Das ist wohl meins. Komm, wir gehen was essen. Was macht Erasmus denn da? Juck, Pulver. Es ist Abend. Ich schlafe jetzt. Ich bin müde. Oh, das Licht. Ah, das juckt. Die Mädchen kratzen sich gegenseitig. Am nächsten Morgen gehen sie raus und flüstern. Das war bestimmt Erasmus. Ich hab eine Idee. Wir könnten ihn ja mit einem Geist erschrecken. Gute Idee. Erasmus legt sich in sein Bett und... Ich bin der Geist. Ah. Am Morgen spielt Erasmus mit seinem Ball. Dann kommen die Mädchen. Und ich war das mit dem Juckpulver. Was? Wir müssen dir auch was ganz Wichtiges sagen. Und wir waren der Geist. Was? Ihr seid gemein. Ich bin der Geist. 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 Ich bin der Geist.